Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es soll heute mal um ein ernstes Thema gehen. Ich weiß auch nicht so genau, wie ich das ansprechen soll, aber es ist mit dem Kanal, den ich jetzt hier zur Zeit habe, etwas Druck aufgebaut worden auf mir, weil ich mit so manchen Sachen weiß ich nicht, wie ich das machen soll oder wie ich mit dem Druck umgehen soll. Der Kanal läuft ja relativ gut, so als kleiner Kanal, aber es sind so Sachen, die mich stören und deshalb werde ich wahrscheinlich das Handtuch werfen. Hier Leute, da ist es, das Handtuch, das besagte. Nein, worum es geht, also ich werde nicht aufhören. Worum es ganz einfach geht, ich habe seit geraumer Zeit, beschäftige ich mich damit, noch einen Zweitkanal aufzumachen. Ich habe auch schon seit längerem einen Zweitkanal oder seit ein oder zwei Monaten und wollte darauf andere Sachen machen. Wie man zu dem Kanal kommt, werde ich Infobox und unter Videobeschreibung, werde ich den verlinken. Dort wird es Sachen geben, die ich hier nicht so auf meinem Kanal präsentieren möchte, eventuell, oder was keinen Sinn macht, wenn es dann vom Namen so sehr aus dem Ruder läuft. Ich möchte doch, dass hier alles die Gartensachen, so wie es auch der Name sagt, behandelt werden und die Sachen, die man aus dem Garten verarbeitet. Im Winter dann vielleicht noch ein paar Backvideos oder alles, was so mit Obst und Gemüse zu tun hat. Und die anderen Sachen möchte ich gerne auf dem anderen Kanal machen, wobei auch Sachen dabei sind, die gar nichts mit dieser Sache zu tun haben und mir aber so im Kopf rumschwirren, weil es ist, wie gesagt, es sind so Themen dabei, die mich beschäftigen und die ich gerne ausprobieren möchte. Natürlich werde ich jetzt nicht komplett das Genre wechseln, werde jetzt nicht Outdoor gehen oder Romane schreiben oder anfangen mit Singen oder irgendwas. Also es hat schon im weitesten Sinne alles, was miteinander zu tun. Aber wie gesagt, ich will es nicht auf diesem Kanal machen, deswegen der Extra-Kanal. Wenn ihr da Bock drauf habt, guckt doch gerne mal rein. Also es ist ja unverbindlich, sage ich mal, genau wie auf diesem Kanal hier. Es wird Informatives geben, es wird auch Tutorials geben, ob die nun so lehrreich sind oder nicht oder wie auch immer. Also ich sage immer mal, entweder könnt ihr lehrreiche Tipps vom Profi haben oder Profi-Tipps vom Leiden. Das könnt ihr euch auch so. Also sowas wird es da alles geben und Geschichten, die ich gerne ausprobieren möchte und wie gesagt, aber die, die hier nichts zu tun haben. Es würde mich freuen, wenn ein Baumensch vorbeikommt, vielleicht ein Abo da lassen. Ich sage immer mal, man kann sich ja da, ich sage mal so, Support ist keine Einbahnstraße, jedenfalls bei mir nicht. Und von daher, schaut mal rein. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Ich wollte so viel sagen, aber da ich mir jetzt immer nicht aufschreibe. Tja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich denke noch mal kurz nach und komme gleich wieder. Moment. Ach ja, und wenn es euch so brennend interessiert, auf diesem anderen Kanal gibt es schon ein Video, das ich wahrscheinlich gestern hochgeladen habe oder heute, je nachdem, ich weiß noch nicht genau, wie schnell ich das hinkriege. Wenn euch das interessiert, es gibt Weltneuheiten über das Thema Corona und dessen Eindämmung, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne. Schutzmaßnahmen, Schutzmaßnahmen, kann ich nur spoilern, ist das große Thema. Schaut doch mal rein. Und ja, bis dahin. Also, wie gesagt, schönes Wochenende euch noch. Bye, bye.